Okay, es geht weiter und tut mir leid, dass im letzten Part der Part so lange gedauert hat, aber... Donut-Panik, ja, aber ich hatte einfach Lust und ich wollte einfach weiterspielen. Willst du mich verarschen? Es gibt gefährliche Donut-Platten-Formen, die nach einiger Zeit absinken, sobald man sie betreten hat. Also, bleib nicht lange drauf. Okay. So. Wieso muss das ein Scrolling-Level sein? Achso, so wollen die das haben. Okay. So, weg mit dir. Okay, da hätte man die Blumenteile da geholt. Da stecken wir uns gleich ein bisschen. Okay, das soll mal ein bisschen näher kommen. Ich wusste, dass da irgendwas rauskommt. Es war eigentlich schon offensichtlich, dass da irgendwie Sterne rauskommen müssen. Ich verstehe gar nicht den Sinn von diesen rosa Münzen jetzt da. Wo bin ich? Ach, scheiße, ich dachte, ich habe das schon überlebt. Okay, 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 okay. Nochmal. Zum Glück war der Sternkreis da. Zum Glück. Okay, 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 er wollte sich talen als frau verstecken ok ich hätte es gerne mitgenommen aber egal denn 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 so machen dass man da so wird man das ok jetzt ziel 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 hatte mich verarschen und so jetzt kommt der braune joshi so dass der braune joshi dann stellen gleichberechtigt im spiel keine rassismus zwischen weiß und was du kein weißen joshi ich hab 25 7 scheiße egal 62 punkte geht ja noch denn 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 drei leben dazu karten schnipsen ziele auf eine karte und drückte a und du hältst das abgebildete und dreckst du aber kam auf verlierst du alle bereits aufgedeckten items entscheidet selbst wenn du auf ende ziehst ok bitte einmal noch verdammt ich weiß ich hatte so 1 6 ähm scheige mit stelzen hi scheigeis what the fuck gleich auf die lande ach so jetzt seid ihr unverwundbar ähm jetzt seid ihr verwundbar ok man muss auch verspringen ach komm so warte kann ok da rein kann man auch da kann man auch durch das rohr rein ich weiß es nicht triff geht dann mit einem gelben ei um münzen zu erhalten oder einen roten ei um in zwei sterne zu halten und mein beliebtes ei verschafft dir ja was war denn gleich noch mal das verschafft mir das what the fuck what the fuck ok hier kann man nur rein um eier zu holen denn 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 jetzt geht's los ich hasse dich dafür dass du so unterbilligt bist die musik ist auch geil in diesem level meins komm her jetzt meins so so ach ich will mich verarschen ach komm so so scheiße egal komm okay perfekt geschafft so oder war'sido was kommt eigentlich darstellen was gibt es hier für mich denn 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 alle meine münzen alle meine sternchen die habe ich jetzt alle ich hasse nicht doch für mario so und so ok von wo kommst du ja fick dich wie kann man darunter es gibt was sagst du denn findest du einen knopf dann tritt drauf er zeigt dir einen geheimgang der nicht der nicht zu fern ist ok und hier verwandelt dich in einen wügeljoshi grab dich durch wände und finde die zwei roten münzen ok bestimmt ist ja ich wusste es doch der wügeljoshi sieht das wie ein maulwurf ist auch einer die steuerung ist ein bisschen behindert so ja noch mal ich will noch mal egal man kann wieder hoch egal die steuerung mit dem wügeljoshi mag ich nicht stopp attacke das habe ich schon gelernt ich hasse dich doch ja fick dich doch ins knie hä warte mal vielleicht steht da etwas stampf attacke drückst auf die steuerung so lange sich dass sie in der luft bühne damit er auf den boden stammt oder auf anderes ich hasse dich ach so ah ok stirb und rein mit mir jetzt kommt wieder das level und was bist du denn für ein teilchen kommst mit mir kommst mit mir ok da gehe ich mal hier rein verdammt egal wo war der letzte speicherpunkt den ich gemacht habe halt mal ich hasse dich dafür dass du so ein erbändliche missgestalt bist ich habe mir dort nur den geheimen knopf und rein mit dir und weiter und verdammt geschehen verdammt der macht mich so aggressiv obwohl ich darauf keinen Bock habe verdammt so jetzt kommt die pflanze wieder ist klar Habe ich es geschafft, okay Und ja Bitte das hier, bitte das hier Okay Ja, ist klar, du gehst irgendwo am Arsch der Welt, wo ich dich nicht mehr kriegen kann Jetzt kommt der rote Yoshi Jetzt ist der rote, ich weiß es nicht Kommt jetzt der nächste Boss schon Scheiße, 37 Punkte Ja, geht ja Geht ja, geht ja, geht ja Nein, es kommt noch ein Level vor dem Boss Es gibt Bonus Level Bonus Level gibt es auch Ach, den mach ich nicht Die mach ich nicht, mach nur regulär Lustiges Sporendrama Was seid ihr denn für Teile Danke, dass du den Gegner für mich getötet hast Okay, ich brauche einen Schlüssel Anscheinend Okay Hier ist ein Speicherort Okay Den, 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 den Ähm Ach du Scheiße, ist er auf Drogen oder was? Ach du Kacke, seine Steuerung ist dann behindert Sei nicht auf Drogen, verdammt Drogen sind schlecht Der ist voll auf Drogen, aber richtig So Das ist voll auf Drogen, eh, Drama Deswegen Sporendrama Wegen ganzen Drogen, die hier rumgeverteilt werden Verschwindet Ich will keine Drogen von euch Ähm, ja Ist klar Drogen Drama Number One Ach komm, jetzt kommt noch weiter oder was? Was kommt denn jetzt? Nicht mehr drum, oder? Den, 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 den Das haben wir schnell gelöst Gehen wir schnell, schnell, schnell Den Yeah Kein Bonus Challenge, okay Ich habe sowieso schon genügend Leben 19, 9, 2 Ja, geht ja noch, geht ja Ich dachte, ich hätte eher nicht weniger Den, 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 den 420 Und kommt der Boss Was bist du für einer? Ähm, so Warte, wenn ich das new mache, muss ich alles von vorne, oder was? Schleimis Schloss Schleimis Schloss Ähm, ja Oh, scheiße Ich dachte, ich kann jetzt einmal durchzocken Komm, dieses will ich noch in diesem Level schaffen Und danach geht es weiter mit einem anderen Spiel Was ich schon vorbereitet habe Oder gerne Let's Playen würde Und gerne machen würde Wie zu, so ein Teufel soll ich zu der verfickten? Ach so, okay Und so, rein mit mir Den, 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 den Laufst du zu spucken? Dankeschön Was bist du? Hä, was ist das denn? Okay, da spuck, eh, da wollte ich mich anspucken Hat der noch mal nicht beigebracht Spucken an andere Menschen ist, sehr, ist nicht, ist nicht sozial Und weiter Muss ich gerade sagen Dass ich gerade gerne mein Display anspucke Und der Bildschirmschoner Trifft den Block hier mit einem Ei Oder spring einfach hoch Um die Stachelplattform entsprechend zu drehen Okay Meins Du bekommst mir nicht Verdammt Da war, da war eins Äh, wie zum Teufel soll ich Ich brauche Eier, verdammt Ich brauche Eier Okay, dann muss ich wieder raus Ich brauche Eier Die geben mir ja keine Eier Deswegen Muss ich mir Eier besorgen Frisch aus Scheide Komm her Und so Beeilst du dich, beeilst du dich Verdammt, das wollte ich nicht So, dankeschön Beeilst du dich So Ich bleibe ich schon Noch eins, komm Und weiter geht's Din, 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 din Din, 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 din Okay, so Und Auf die andere Seite Hätte ich jetzt gerne gemacht Aber nein Das will ja nicht so So machen, was ich will Ach komm Wie zum Teufel Achso Ich bin glaub Ich glaub ich bin ein bisschen geistig beschränkt Oder so Manchmal denke ich das echt Okay, da ist ein Schlüssel Den ich hier brauche Und der Schlüssel ist da So, so, so Achso Ich bin zu früh hier Oh, ich bin dämlich Ich bin dämlich Wieso muss das so sein Okay, da muss ich jetzt wieder hoch Und so machen Jetzt ist das alles umgekehrt Jetzt sind da keine Stacheln mehr Ja, keine Stacheln Willst du mich natzen? So Jetzt gehe ich kaputt Schlüssel erhalten Dankeschön Wieso habe ich das nicht gleich so gemacht? Oh, extra Die sind weil Ah, extra Die sind behinderten Weg genommen Oh, no Ah, okay Ich gehe erstmal da speichern Ist sicher Und rein mit mir Und sehen wir uns mal diesen Boss an Wie bist du denn drauf? Hallo, wie bist du denn drauf? Und was genau bist du? Das ist die bessere Frage Din, 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 din Oh, kleine Puschel Ja, Noshi, nervt das Babysit nicht langsam Also, ich kommere mich wirklich gerne Um den kleinen, äh, Wonnebrocken Was haben die Was wollen die denn klein mit den Babys? Wollen die auf den Schwarzmarkt verkaufen oder was? Oder Organspenden Ah, die wollen kleine Babyorgane spenden Ähm, okay Was genau muss ich machen? So Ich glaube, das war jetzt mein Fehl Habe ich gewonnen? Ja, ich habe gewonnen Okay Der war vielleicht als der Riesen, äh, Wicht mit der Riesenhose Yeah Riesenschlüssel erhalten Yeah Weltentschlüssel Yeah Den, 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 den Mach ein bisschen Kinder im Harz nach Mit Schlüssel und so 14 14 3 Geht ja, geht ja, geht ja 58 400 Nein 478 Den, den Den, 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 den Und Geht die in die nächste Welt Und das ist Bäm, ist kaputt Kaputtomatico Das ist Joshis Eigentum Yeah Jetzt geht's in die zweite Welt Es kommen 2, 3, 4, 5 Ja, 5 Welten Okay, das kann man ja schnell schaffen Okay, und wir sehen uns das nächste Mal hier Also, bis später